Träume überdimensioniert, Diamond Deine überdimensionierten Träume verleihen dir die Kraft und Ausdauer, deine Ziele zu erreichen. Sie verleihen dir die Kraft und Ausdauer, an dein Potenzial zu glauben, an dich zu glauben. Deine überdimensionierten Träume motivieren deine Entwicklung und deinen Prozess und sie verleihen dir den Mut zu wachsen. Dein überdimensionierter Traum dient deiner Orientierung, nicht mehr und nicht weniger. Sei dir bewusst, dass er überdimensioniert ist, um dich herauszufordern, deine innere Stärke zu entdecken, dein Potenzial zu entdecken, dich herauszufordern, dein volles Potenzial zu entfalten. Das ist die Aufgabe deines überdimensionierten Traums. Überdimensionierte Träume werden durch Strategie und Planung zu reellen Zielen, zu erreichbaren Zielen. So überdimensioniert deine Träume sein dürfen, so sachlich und nüchtern ist die Strategie und Planung deiner Ziele. Nimm dir Zeit für die Strategie und Planung deines Ziels und deiner Teilziele. Dein Endziel erreichst du über Teilziele. Teilziele sind kleine Etappen, die dir deinen Weg und dein Vorankommen erleichtern, es dir ermöglichen, Schrittchen für Schrittchen voranzugehen. Schrittchen für Schrittchen, Diamond Und jeder einzelne deiner Schritte zählt. Deine Strategie und Planung berücksichtigen deine Stärken und deine Schwächen. Habe keine Scheu vor deinen Schwächen, Diamond Eine vermeintliche Schwäche kann zu einer deiner Stärken werden. Erkenne sie und arbeite daran. Auch das gehört zu überdimensionierten Träumen. Und jetzt, jetzt hör auf meine Stimme. Du bist ganz bei dir. Du bist fokussiert. Du bist diszipliniert. Du hast die Kraft, Hindernisse zu überwinden. Du hast die Kraft, Rückschläge zu überwinden. Alles, was du zur Erreichbarkeit deiner Ziele und Träume benötigst, liegt in dir. Finde es. Motiviere dich. Motiviere deine Ausdauer. Motiviere deinen Prozess. Überdimensionierte Träume, Diamond Ich komme bald wieder und bis dahin erlaube dir, in deinem vollen Potenzial zu erstrahlen. Voller Licht und Kraft bist du schon. Ein Diamant, eine Zukunft. Ich komme bald wieder und bis dahin erlaube dir, in deinem vollen Potenzial zu erstrahlen. หau hell. Abonne ich mich. Ich komme bald wieder und bis dahin er уст. bt DVR germάν Ab99 Ich komme bald wieder und bis dahin erläube dir, in deinem vollen Potenzial zu erstrahlen, in deinem vollen Potenzial zu erstrahlen. Ich komme bald über accompl 220